Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute Nachmittag einen Beitrag veröffentlicht zum Thema Digital Service Act. Es geht um die gesetzlichen Bestimmungen, die die EU erlassen hat für die Mitgliedstaaten der EU. Und demnach soll am 25. August 2023 für die Portale YouTube, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, die Zensur noch stärker greifen. Und ich habe aufgrund dessen einige Zuschriften erhalten. Ich bin, das muss ich dazu sagen, wirklich für jeden Kommentar sehr dankbar. Und ich habe eine Seite vorgelesen von Rechtsanwälten, die in der Gendersprache diese gesetzlichen Bestimmungen erläuterten. Dazu habe ich dann einige Anmerkungen bekommen. Ich möchte das auch mal kurz vortragen. Ich persönlich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese blöde Verunstaltung unserer Sprache beim Lesen weglassen würden. Das ist ja nicht zu ertragen. Ein weiterer schreibt, was soll das Gegender? Bitte ignorieren und weglassen. Das Heizungsgesetz ist extrem sittenwidrig. Ich habe dann darauf geantwortet. Ich gehe aber davon aus, dass die meisten die Antwort nicht lesen werden. Und ich möchte das mal hier ganz kurz vortragen, was ich allgemein dazu gesagt habe. Ich habe gelernt, Zitate wörtlich wiederzugeben. So habe ich es gelernt während meines Studiums, dass man Texte nicht verfälscht, dass sie genau so, wie sie dort stehen, wiedergegeben werden. Und das ist so in mir. Und deshalb habe ich auch gegendert, weil es dort auf dieser Seite von den Rechtsanwälten so zu lesen war. Mir ist vollkommen unverständlich, habe ich weiter geschrieben, warum auf der Seite der Rechtsanwälte gegendert wurde. Mit einer gewissen Ironie habe ich versucht, diesen Genderquatsch ins Lächerliche zu ziehen. Ich hoffe, dass es auch so verstanden wird. Das Gender gehört abgeschafft, ebenso wie dieses unsägliche Gesetz. Und das ist meine ganz persönliche Meinung. Schon als die ersten Genderformulierungen dieses Genderquatsche aufkam, habe ich mich dagegen gesträubt. Ich verurteile es, wie kann man die deutsche Sprache von Goethe und Schiller nur so verunstalten. Es ist einfach widerlich. Ich ignoriere es und alles, was mir ins Haus kommt, egal was es ist, wo gegenderte Sprache drauf ist, geht sofort ungelesen in den Papierkorb. Und dabei bleibt es. Ich nehme euch mal hier auf die Seite von dem Rechtschreibrat. Und der sieht, also selbst der Rechtschreibrat sieht Genderzeichen weiter nicht als reguläre Zeichen. Es ist keine deutsche Sprache. Es ist nicht unsere Sprache. Und selbst die haben gesagt, das gehört laut dem Rat für deutsche Rechtschreibung nicht zum Kernbereich der deutschen Orthographie. Das Gremium will die Entwicklung weiter beobachten. Naja, gut und schön, sollen sie weiter beobachten. Für mich kommt Gender nicht ins Haus. Und wenn ich Kontakt habe zu Leuten, Lehrer zum Beispiel, ich bin mal selber Berufsschullehrer gewesen und da gab es das Gender noch überhaupt nicht. Aber wenn ich Kontakt habe zu einigen Leuten, hin und wieder kommt das vor und ich frage gezielt nach, ob es in der Schule gegendert wird. Und Sie sagen mir ja, dann sage ich Ihnen auch klipp und klar meine Meinung dazu. Gegendert gehört in den Mülleimer. Ebenso wie das Gesetz, von dem ich heute Nachmittag gesprochen habe. Dann gibt es hier auch einen Kommentar. Und darauf möchte ich auch kurz eingehen. Wo ist mein Kommentar? Hat er Ihnen wieder nicht gepasst? Ich habe auch darauf geantwortet und zwar, es tut mir leid, dass Ihr Kommentar gelöscht wurde. Ich habe noch nie Kommentare gelöscht, nicht ein einziges Mal. Ich würde sie löschen, wenn es Äußerungen wären, die diffamierend und verunglimpfend wären. Das wird zukünftig auch so bleiben. Also, ich lösche grundsätzlich keine Kommentare. Ich habe es noch nie gemacht und werde es auch weiterhin nicht tun. Nur wenn jemand beleidigt wird und wenn irgendwelche Dinge geäußert werden, die nicht zum normalen Sprachgebrauch gehören oder diffamierend wären, dann würde ich natürlich solche Kommentare löschen. Aber ansonsten sollte auch allgemein bekannt sein, dass YouTube Kommentare löscht, wenn diese Kommentare nicht in den Kram passen. YouTube hat einen gewissen Algorithmus und allgemein bekannt ist, dass dann solche Kommentare einfach unter den Tisch fallen. Also, wie gesagt, ich lösche keine Kommentare und ich bitte darum, auch weiterhin zu kommentieren. Aber natürlich nicht diffamierend oder mit irgendwelchen extremistischen Inhalten. Dann wird YouTube, denke ich mal, solche Kommentare löschen, falls ich es übersehen sollte. Aber so etwas würde ich auch löschen. Ansonsten, ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal einen Kommentar gelöscht, aber der ging dann tatsächlich unter die Gürtellinie. Gut, so viel wollte ich dazu gesagt haben. Ich wollte das einmal richtigstellen und klarstellen. Gender gehört in den Mülleimer. So etwas will ich nicht hören und sehen. Und wenn ich nicht ausreichend ironisch das wiedergegeben habe, dann hiermit die Richtigstellung, für mich gibt es diese Gender-Sprache nicht. Die ist einfach nicht existent. Und wenn ich Beiträge sehe, auch im Fernsehen, öffentlich-rechtliche sehe ich sowieso nicht mehr. Es sei denn, ich werde von einigen darauf aufmerksam gemacht, dass schon wieder Falschaussagen getätigt worden sind. Wie zum Beispiel mit dem Wetter, da hat man von 48 Grad gesprochen, die eine Bodentemperatur war in Sizilien, glaube ich. Und die Lufttemperatur lag dann so bei 30, 32 Grad. Da wurde gelogen, dass ich die beiden bogen. Also solche Lügen dürfen natürlich auch nicht verbreitet werden. Ich versuche einigermaßen gründlich zu recherchieren, meine Beiträge. Und ich gehe davon aus, dass das, was ich sage, zu 99 Prozent Hand und Fuß hat. Gut, vielen Dank und dann bis bald. Natürlich nicht zuletzt, wie immer, das Video teilen und liken. Und dann nochmal bis bald.